Okay. Noch ein Schlückchen. Leider habe ich neuerdings immer so einen leichten, bronchiösen Schleim im Hals, also der mir manchmal beim Sprechen so dazwischen kommt. Ich hoffe, dass er jetzt nicht kommt. Aufgrund eines kleinen Sprachfehlers, den ich seit meiner Kindheit hatte, verwechselte ich die Aussprache des Nachnamens des Schriftstellers Stefan Zweig mit dem deutschen Wort Schweig. Sei still. Nicht, dass ich so belesen wäre, wie ich es wünschte. Und mein Deutsch ist eher dürftig. Aber ich bewundere Schweig, Zweig, schon lange. Ich verschlinge seine Bücher und lese alles über ihn, was ich finden kann. Ach, was für ein trauriges Ende dort in Rio de Janeiro. Und dieser herzzerreißende Abschiedsbrief, in dem er schrieb, aus freiem Willen und mit klaren Sinnen. Immer wenn ich mich an eigenes Schreiben wage, an meine eigenen Versuche, die Welt zu verstehen, ist er als stille Erinnerung da. Verwirrung der Gefühle. Diese Geschichte beginnt damit, dass meine Schwester und ich spätnachmittags in einem Alpendorf ankommen. Es war Winter. Der Zug hielt an einer Station, die halb zu schweben, halb zu schlafen schien, und sich in ihrer selbstbewussten Höhe über dem Meer darbot. Meine Schwester machte nicht die geringsten Anstalten beim Heraustragen der Koffer mit anzupacken. Sie blieb teilnahmslos auf dem Bahnsteig stehen, während der Schaffner mit mir unserem schweren... Ah, da haben wir schon. Fuck. Der Zug hielt an einer Station, die halb zu schweben, halb zu schlafen schien, und sich in ihrer selbstbewussten Höhe über dem Meer darbot. Meine Schwester machte nicht die geringsten Anstalten beim Heraustragen der Koffer mit anzupacken. Sie blieb teilnahmslos auf dem Bahnsteig stehen, während der Schaffner mir mit unserem schweren Gepäck half. Fast hätte ich erklärt, dass sie krank und gerade aus der Klinik entlassen worden sei, begnügte mich aber damit, ihm die Hand zu schütteln und zu sagen, dass ich seine Umsicht zu schätzen wisse. Bevor er auf seiner Trillerpfeife pfiff und wieder einstieg, zwinkerte er mir zu und wünschte mir alles Gute. Aus Mitleid? Hatte er etwas erfasst, das ich nicht erfasste? Etwas gesehen, das ich nicht sah? Meine Schwester verschwand hinter dem Bahnhofsgebäude, so musste ich alles alleine schleppen und rollen, das war anstrengend. In den Tagen vor unserem Aufbruch von zu Hause hatte ich mich in Fantasien verloren. Ich studierte die verführerischen Hochglanzbroschüren, die man uns zugeschickt hatte. Auf den Bildern hatte der Himmel einen Ton, der an das Licht und die Farben alter Filme erinnerte. Die Berge schimmerten in sonderbarem Rosa, sie schienen mir in einer fremden Sprache zuzuflüstern. Ich stellte mir eine exotische Winterlandschaft vor, träumte von Skipisten, Hallenbädern und raffinierten Menüs, zubereitet von europäischen Meisterköchen. Es war wie ein Verwandlungsrausch. Ich stellte mir eine andere Epoche vor. Aber wir stiegen gar nicht in einem Dorf einer mitteleuropäischen Alpenmonarchie aus. Nein, weil meine Schwester nicht gern flog, besuchten wir nur ein einfaches norwegisches Dorf. Es lag in einem kleinen Durchlass am Fuß eines steilen Bergs und die Menschen dort sprachen nicht unverständlich, sondern nur einen eigenartigen, leicht schleppenden Dialekt. Ich fand meine Schwester an der Bushaltestelle wieder. Sie hatte sich neben eine ältere Dame und einen Jungen gestellt und wirkte wie eine ganz normale Reisende. Nichts zeugte von Ungleichgewicht, nichts verriet Hysterie oder Zusammenbruch. Es wirkte, als habe sie Zeit und Ort unter Kontrolle. Und obwohl ihr Benehmen mich ärgerte, munterte mich ihre überzeugende Beherrschung auf. Ja, tat mir richtig gut. Aber ich konnte ihr für die Gelassenheit, die sie ausstrahlte, nicht danken und sie auch nicht kommentieren, sondern musste meine Gedanken für mich behalten. Meine Schwester zu loben war, als übertrage man ihr eine Aufgabe, eine Verantwortung. Aber ich konnte ihr für die Gelassenheit, die sie ausstrahlte, nicht danken und sie nicht kommentieren, sondern musste meine Gedanken für mich behalten. Meine Schwester zu loben war, als übertrage man ihr eine Aufgabe, eine Verpflichtung. Ich befürchtete, dass die geringste Anspielung auf Verantwortung ihre Ängstlichkeit, wenn nicht gar ihre Widerborstigkeit aufstacheln könnte. Nein, ihr zu danken würde alles kaputt machen. Von der Haltestelle aus konnten wir das Hotel sehen. Es lag ziemlich weit oben am Berg. Es erinnerte an einen goldenen Kristallvogel, der seine mächtigen Schwingen über die steilen Hänge spannte. Ich rechnete damit, dass es jetzt ebenso verschlissen wie versoffen war, seine Zeiten mondäner Eleganz längst vergangen waren. Dennoch besaß das Gebäude, wie es in dem frivolen Sonnenuntergang dalag und blinkte, eine betörende Pracht. Ausnahmslos alles dort oben am Berg lockte mich. Harmonisch, ebenbürtig und unangefochten. Und doch ließ es mich, nicht ohne einen gewissen Groll, an die Ärztin denken, die uns diese Reise nahegelegt. Und doch ließ es mich, nicht ohne einen gewissen Groll, an die Ärztin denken, die uns diese Reise nahegelegt. Und an unsere Mutter, die so leicht hin angeboten hatte, den Aufenthalt zu bezahlen, als könnte sie sich einfach freikaufen. Wovon? Doch in diese Frage verstrickte ich mich nicht weiter. Die großartige Landschaft stimmte mich versöhnlich. Ich sah meine Schwester an. Sie stand so rank und schlank da, fast elegant. Der hellgraue Wollmantel und die große russische Pelzmütze. Diese ästhetischen Pluspunkte, die sie bewusst hervorhob, bewusst schützte. Sie war schön. Das wusste sie. Auf eine bestimmte Art schön. Diese Luft kann Kranke heilen, sagte ich. Meine Schwester lächelte. Ihr Lächeln ähnelte dem unbändigen Lächeln unserer Mutter, wenn sie zu wenig zu tun hatte. Mir war, als könnte das Hotel dort oben in der Höhe verzagten Seelen Lebensmut einflößen. Das war ein grandioser Gedanke. Ja? Okay. Leider habe ich mich öfter mal versprochen.